Guten Tag! Ich begrüße Sie ganz herzlich auf dem Messestand der Firma Prebit anlässlich der diesjährigen SMM in Hamburg. Mein Name ist Michael Beuter. Ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter des Unternehmens. Prebit produziert seit zehn Jahren innovativ und hochwertige LED-Leuchten für den gehobenen Luxusjagdbereich. Dabei setzen wir in allen Produktionsstufen auf 100% made in Germany. Heute möchte ich Ihnen unsere Leuchte Lana vorstellen mit integrierter Nachtlichtfunktion. Über den Soft-Taster lässt sich die Leuchte dimmen und ändert dabei auch den Farbton hin zu einem warmen Licht. Es ist eingebaut eine integrierte Memory-Funktion. Das heißt, die Leuchte schaltet sich wieder exakt in der gleichen Helligkeit ein, wie sie vorher ausgeschaltet wurden. Per Doppelklick lässt sich die Leuchte auf Nachtlicht umschalten und dann ebenfalls in der Helligkeit einstellen. Außerdem zeigen wir mit Prebit Smart Light, wie mobile Endgeräte zur Fernbedienung unserer Leuchten werden. Sie können mit Smartphone oder Tablets Leuchten-Szenen wählen, Leuchten in Gruppen bedienen oder auch in der Helligkeit einstellen. Dabei kommunizieren die einzelnen Leuchten untereinander, das heißt, die Reichweite der Umgebung wird erhöht. Auf unserer Internetseite www.prebit.de finden Sie weitere Informationen zu allen unseren Produkten. www.prebit.de